Läuft. Bitte. Hallo Leute, ich hab mir gedacht, weil der Winter naht ja und mein Lieblingstier sind die Igel und da hab ich mir halt gedacht, weil es den Igel im Winter immer schlechter geht und sie vom Aussterben bedroht sind, dass man ihnen vielleicht ein kleines Schälchen Katzenfutter oder generell Igelfutter rausstellen könnte. Und ich würde mich halt sehr freuen, wenn er die Igel sehr viel unterstützt und auch andere Tiere, denn ich bin immerhin ein großer Freund von Tieren und vergesst nicht zu abonnieren.